Und weiter geht's, das hat er jetzt sehr schnell geladen, Kapitel 11. Wahrscheinlich wieder auf den Endkampf rauslaufen. Just like a Megatronz. Oh mein Gott, das war interessant. Was zur Hölle, Hoji? Du bist alle ein der Anzierten? Warum hast du mir nicht gesagt? Du hast die Whisperer gegründet. Halt an da jetzt, keine Chance, ein Akkusatorer zu sein. Ich habe diese Dinge inventiert, aber so wie ich weiß, habe ich nur einen. Enro machte seine eigene Zeit später. Ich bin nicht verantwortlich für meine Brüder. Dein Brüder? Sie sind, ähm, alle diese Anzierten. Sie sind alle meine Brüder. Es gab keine gute Zeit, um es zu bringen. Warum hast du diese Whisperer-Güßt? Das ist ein brillantes Trick, das ich mir selbst gemacht habe. Die Geschichte, warum ich es gemacht habe, ist in der Whisperer-Güßt. Es ist wirklich ziemlich cool. Klar. Genie. Wir machen alle Fehler, okay? Ich habe meine Erinnerung. Du arbeitest für ein sociopath-Megalomaniac, der die Human-Race auf die Räufer-Güßt. Können wir ihn even? Ich muss ihn zurückkommen, Zilla. Und ich glaube, ich kann es ohne dich tun. Aber du versuchen alles, und ich werde das Gott-Dann-Sword durch dein Herz. Ich mag dich, du bist, Direkt. Geh ein bisschen-Güßt. Being Direkt macht mich dasset. Just... Just shut up for a minute, okay? Enra needs to know that Surakage to sacrifice one of his own. He's trying to awaken the girl. Ich kann eine Scheiße, was er will. Du wirst mit meinem Raum, du wirst mit mir. Geh ein bisschen-Güßt. Was ist das? Die Allergates. Mezu ist charg'd with guarding them. Against what? Hell, wenn ich es weiß. Ich glaube, dass ich nicht, dass Mezu-Mesu-Nows weiß. Enra's Orders. Ja, Sir. Nein, Sir. Drei Lacken voll, Sir. Exakt. Nehmen jetzt ein bisschen an Skyrim und die Zwerge-Sachen. Oh, wow. Oh, wow. Open a seal while Wayne, force him to land. Oh. And here he comes. Ah, he also doesn't know what he's doing. Oh, that feels good. Oh. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, fuck! Das war nichts, aber dem hab ich jetzt noch nicht mal gesehen, dass ich den irgendwie angekratzt hätte. Das war's für heute. Oh! 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 Spannende Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Quick load! 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 Oh Die Hand gesessen. 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 Na, wieso krieg ich die Waffe nicht ausgewählt? Die Hand gesessen. 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 Gut. Ah! Ah! Das war's. Oh, fuck! Sehr schön Damit wir am nächsten Mal auch wieder nur einziehen oder abziehen, dann werde ich da noch Jahre verbrauchen. Ja, die Munition ist da, aber. Ja, die Munition ist da. 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 Da bin ich jetzt gerade runtergecharged und natürlich dadurch wieder instant explodiert. Aber jetzt scheint sich zu meinen, dass der Kampf etwas zu ändern. Na, das war ja mal nichts. Jetzt nehme ich besser wieder die Uzi's. Okay, da muss ich ein bisschen anders machen und die Breitseite da nehmen. Da wäre natürlich dieses... Da wäre natürlich dieses... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich da überhaupt Schaden gemacht hätte. Ich habe mich auf den Weg. Ich habe mich auf die Schaden. Ich habe mich auf die Schaden. Oh 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 Das war's für heute. 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 Shit. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Continue. Und... Das war's für heute.